Ingo Betke des Erding kassiert den ersten Ratzen gegen Henry Jumann. Und jetzt kommt der erste Finger. Und jetzt kommt der erste Schatz. Und jetzt kommt der erste Schatz. Hier geht es weiter. Oh, blöd sein. Jetzt kommt der erste Schatz. 1,5,4 2,4,2 Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank. Okay. 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 Komm schon! 1. 9,6,3 4,5,83 9,6 9,9 4,5 1,2 9,10 10,2 Da stehen bei Flüssig. Da stehen bei Flüssig, da stehen bei Flüssig. 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 Da stehen bei Flüssig.